Ich möchte mit meinen Fotos beweisen, dass Körpergröße nichts mit Attraktivität zu tun hat. Diese Worte stammen von Drew Presta, einem 21-jährigen Nachwuchsmodel aus Reno im US-Bundesstaat Nevada. Eine hübsche junge Frau also, die aus der Provinz nach Los Angeles gezogen ist, um im Model-Business durchzustarten. So weit, so gewöhnlich. Alles andere als gewöhnlich ist allerdings Drews Körpergröße. Denn sie misst nur gut einen Meter. In ihrer Heimatstadt habe es kaum Menschen gegeben, die nachvollziehen konnten, wie sie sich fühlte. Sie sei gehänselt und beleidigt worden. Kurz nach ihrem Highschool-Abschluss packte sie daher ihre Sachen, um in L.A. Fashion Marketing zu studieren, wie sie Barcroft TV in einem Interview erzählte. Drew will als Model nicht nur Geld und Anerkennung verdienen. Sie will durch ihre teilweise gewagten Bilder auch die Vorurteile gegenüber Kleinwüchsigen bekämpfen. Ich will, dass jeder in der Modewelt akzeptiert wird. Ich will, dass jeder über diesen Laufsteg laufen kann. Auch, wenn es dazu Rollstuhl oder Krücken benötigt. Fordert Drew selbstbewusst. Wir drücken ihr bei ihrer Mission die Daumen und hoffen, dass sie erfolgreich sein wird. Machines Magazine Das Padre Isophen Das Padre ist die Möglichkeit, der Sommerfersteil ist die Erde. Das Padreuer ist aufgereg acreditost in der Wahl.